Schieß los, Kumpel! Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem pornografisch-komödiantischen Lehrprogramm. Oliver Kalkofer und Peter Rütten präsentieren euch Stolz. Mustafa, machen Sie die Strähnen von Madame Pichard? Ja, selbstverständlich, Madame Martella. Spaß! Ich werde dir Fragen zu meiner Ermittlung stellen, indem ich die Anfangsbuchstaben auf meine Hose zeichne. Sex! Aber, sag ich, ihr Liebestäter ist komplett nass. Und wie mir das leid tut, Mist. Meine Lieblingsunterhose, nein. Spaß und Sex! Jetzt noch ein Abstecher zu den Olympischen Spielen in Toronto und der Einführung einer ganz neuen Disziplin. Wie diese neue Stellung heißt, aber sie ist wunderbar. Gefällt mir ausnehmen. Sex-Spaß! Alle auf Gefechtsstation! Wir werden den Ultrasex finden! Dann hat sie Glück, George Rump! Oh, sehr Gott, er hat auf uns geschossen! Achtung, daft, er ist wieder da! Jemand hat den Ultrasex gestohlen und hält ihn in einem nicht identifizierten Raumschiff gefangen. Panzerfahrzeuge klar zum Gefecht! Auf der Suche nach dem Ultrasex! Ganz nebenbei, was genau ist ein Ultrasex? Ein wahnsinnig lustiger und sexy Film, komplett oral synchronisiert. Vorwärts, Schwanz, schnell! Denn auf der Erde ist die Situation schon völlig außer Kontrolle. Sogar Gegenstände sind inzwischen vollkommen sexbesessen. Eine wirklich einzigartige Erfahrung. Demnächst in eurem Heimkino. Das war wirklich sehr, sehr aufregend.